Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Townie-Makeover und ja, von der guten Penny Pizzas, die kam mit Großstadtleben dazu. Und ja, das Video wird aufgenommen, wann es hochkommt, zumindest das Voice-Over hier wird dann aufgenommen. Sonst ist es eigentlich, also das Video ist schon ein bisschen älter, aber eigentlich wollte ich erst was anderes für heute bringen, aber irgendwie war ich viel unterwegs und deswegen war das ein bisschen schwer, jetzt noch irgendwas zu machen. Deshalb dachte ich mir, ich mache jetzt kurz dieses Voice-Over, damit das halt ein bisschen sackiger geht. Mittwoch fällt wahrscheinlich das Video aus. Ich werde gucken, ob ich es vielleicht doch schaffe, aber wir werden sehen. Ich gehe davon aus, dass es halt nicht passt. Deswegen, ja, ich werde versuchen, dass nächste Woche Samstag, dass dann da wieder die Baby-Challenge kommt. Und ja, weil da geht es ja auch ganz gut voran und so. Und ja, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken für euren ganzen Support und so weiter. Das ist sehr toll. Ich freue mich sehr darüber. Ja, das wollte ich auch mal nur so in den Raum werfen. Probably, wenn, dass die nicht so viele sehen, weil ich weiß nicht, wie viele Fans Penny Pizzas hat und ob die viele kennen. Keine Ahnung, also ein paar kennen sie bestimmt, aber irgendwie kannte ich sie bis vor kurzem nicht wirklich. Ich habe sie gesehen und dachte mir so, hm, die kann ich doch mal Make-Overn. Und ja, habe ich halt getan. Und jetzt? Ja, ich finde sie auf jeden Fall schön. Ich mag die Make-Over auch, weil ich mochte sie vorher, glaube ich, sogar fast ein bisschen mehr. Aber das passiert halt manchmal, weil ich wollte sie auf jeden Fall so einen Zopf behalten, weil, keine Ahnung, sie hatte ja vorher auch einen Zopf. Aber ja, ich fand halt, dass halt so Kreolen richtig gut zu ihr gepasst haben irgendwie. Deswegen habe ich ihr halt Kreolen gegeben. Fand das irgendwie. Keine Ahnung, sie sieht halt gerade so aus wie so ein Partygirl. Und ich dachte so, ich kann diesen Stil so beibehalten, auch wenn sie ja eigentlich nicht so vorher aussah wie so ein Partygirl. Aber jetzt halt. Manche Leute ändern sich halt dahin. Aber ich finde sie auf jeden Fall cool. Also ich finde sie sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, zu ihrer Hintergrund-Story, deswegen I don't know. So, aber ja, also mir gefällt sie jetzt auch halt, weil sie hatte ja auch vorher viel Gelb drin, glaube ich, in ihrem Outfit-Stack-Stuff. Ich bin mir gerade sogar unsicher, ob es wirklich Gelb war. Upsi, ist schon wieder zu lange her. Aber ich dachte so, ja, dieses Gelbe-Oberteil passt irgendwie, weil sie hatte davor wieder irgendwas Buntes an. Und keine Ahnung, ich fand das so mit Gelb eigentlich ganz cool. Und ja, das ist die Gute. Mir gefällt sie, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr von ihr haltet. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wahrscheinlich der 100-Baby-Challenge, wenn ihr da reinguckt. Bis dahin und tschüss!